Hey Leute, ich bin's Fritz und du bist auf meinem Zweitkanal angelangt, Fritz Meinicke Gear. Heute mal günstige Einsteigermesser, TT Range Pack, Survival Klappspaten, Tactical Tomahawk, günstigste Survival Kit. Es wird Zeit für den Test der Tests, ja. Ist kein Witz, da geht ja gar nichts. Bleib im Holz stecken. Was ist da los? Sogar mit Stroke. Hat mich auf jeden Fall überrascht. Da geht gar nichts. Null. Ich glaub, da krieg ich's eher durchgebrannt, ey. Der ist also auch Schrott. Jetzt bin ich überrascht, Leute. Lasten Kontrollriemen, separater kleiner Rucksack. Chestrick aus dem militärischen Bereich, eine Mittelplatte. Würde es auch in jedem Video ein Giveaway geben, Messer nochmal verlosen. Ist wieder Zeit fürs Gewinnspiel, ihr dieses Survival Kit gewinnen könnt. Wir machen wieder ein kleines Gewinnspiel und zwar drei Gewinner, die ich auslosen werde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.